Dein Herz ist zerbrochen, du bist traurig, vielleicht bist du auch ein bisschen wütend, du bist total aufgelöst. Du weißt jetzt gerade gar nicht, was du tun sollst, weil der Liebeskummer, der ist so überwältigend, der zieht dich so weit runter und der macht dich einfach nur traurig. Und deswegen verraten wir dir heute einen Weg raus aus dem Liebeskummer und rein in ein glückliches, erfülltes Leben. Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück. Galf, warum ist es wichtig, aus dem Liebeskummer-Dschungel herauszukommen? Weißt du, du hast Liebeskummer und du merkst selber, dass es auf alle anderen Lebensbereiche überstrahlt. Du hast nicht mehr die richtige Energie, dieselbe Energie, wenn du dich mit deinen Freunden triffst. Deine Hobbys machen nur noch halb so viel Spaß. Auf dem Job kriegst du nur noch ein bisschen was geregelt. Eigentlich sind deine Gedanken permanent woanders. Da, wo sie gerade ist, wo er gerade ist. Aber nicht hier in der Realität. Und das macht es so schwer für dich, überhaupt wieder klar denken zu können. In die Freude zu kommen. Du hast vielleicht sogar das Gefühl, das Leben ist bedeutungslos. Warum bist du eigentlich noch da? Und das fühlt sich doch einfach nur noch mies an. Du merkst selber, wie deine Leistungsfähigkeit nachlässt. Wie die Leute schon vielleicht auch im Umfeld auf dich gucken und sagen, ach der Arme, die Arme. Och ja. Und du hast das Gefühl, das bin ich nicht. Ich möchte gerne daraus, aber ich habe keine Ahnung. Und deswegen ist es doch so wichtig, darüber zu reden, weil es dir das ganze Leben abschneidet. Weil du bist irgendwie ausgegrenzt von dem, was du eigentlich möchtest. Du kannst nicht deine Träume leben, aber du träumst etwas von deinem Leben, was gerade nicht geht. Und mich da rauszubringen, wieder zurück. Das ist so wichtig, da hinzugucken. Danke Ralf. Damit hast du es sehr gut auf den Punkt gebracht. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Als Strategie oder als Herangehensweise, wie wir denn aus dem Liebeskummer-Dschungel herauskommen? Naja, auf jeden Fall etwas, was schnell gehen kann, wenn du bereit bist, letztendlich auch die Dinge umzusetzen und das anzupacken. Und du weißt selber, schau mal, es fällt uns manchmal so, und es fällt dir vielleicht auch so einfach, dich einfach mal scheiße zu fühlen. Ich sage das Wort jetzt hier mit SCH. Ich weiß, das würden sich manche nicht trauen. Ich mache das jetzt einfach mal. Du fühlst dich einfach mies. Und irgendwie hast du das Gefühl, es fühlt sich aber auch manchmal ganz gut an, jetzt gerade so alles so im Boden zu versinken, weil es gerade auch so ist. Das Gefühl ist so, die Situation ist so und du willst da hin. Und das, was ich mitgebracht habe, ist eine schnelle Strategie, ein schnelles Thema, wie du wieder rauskommen kannst, wenn du denn dann bereit bist, auch den Schritt nach draußen zu gehen. Und das bedarf letztendlich vielleicht auch mal vorher ein bisschen Trauer, auch ein bisschen Leiden. Manchmal dürfen wir auch leiden. Auch wir Kerle dürfen leiden, nicht nur die Frauen. Alle dürfen mal leiden. Weil es ist auch nicht schön. Und da ist auch was Wertvolles verloren gegangen. Und das auch mal anzunehmen, dass es wertvoll war, anzunehmen, dass es dir gerade leid tut. Und hey, und so eine Träne hat noch niemandem geschadet. Weißt du, das Schöne an der Haut ist, dass die abwaschbar ist. Du kannst eine Träne wegwischen. Aber lass sie raus, wenn sie raus will, um dann den wichtigen Schritt nach vorne zu gehen. Danke, Ralf. Ich glaube, das motiviert den einen oder anderen oder die einen oder andere doch vielleicht mal, sich die Zeit für sich zu nehmen. Darf ich leiden? Wie lange darf es mir scheiße gehen, bevor ich deine Technik einsetze? Naja, irgendwann wirst du merken, dass du einfach keinen Bock mehr hast, dass du raus möchtest aus diesem Elend. Weißt du, wenn du zwei Wochen brauchst, um zu leiden, wenn du drei Wochen brauchst, ist in Ordnung. Ja, es hängt ja auch immer davon ab, wie lang ging die Beziehung, wie intensiv war die Beziehung auch und ja, wie wertvoll war sie auch für dich. Die Frage ist halt, wo willst du bleiben? Möchtest du in diesem Elend verharren? Ja, verweile doch, du bist so schön, oh Elend. Oder sagst du dir selber, ich möchte hier raus. Und wenn du sagst irgendwann, ich möchte jetzt hier raus, ich habe jetzt genug gelitten, ich habe jetzt einfach mal die Nase voll und ich habe die Erlaubnis, ich erlaube mir selber ein glückliches Leben haben zu dürfen, nur ich weiß nicht wie, dann ist der richtige Moment, um da rauszugehen. Ja, um die Dinge umzusetzen, die dich auch befähigen, da rauszukommen. Okay, meine Trennung ist jetzt schon ein bisschen her und der gröbste Schmerz ist vergangen. Dann verrate mir doch bitte mal jetzt, wie ich diesen Elenden Liebeskummer loswerde. Weißt du, ich habe mal ein Buch geschrieben zum Thema, wie kommt man aus Liebeskummer raus, was sind die Hauptursachen von Liebeskummer? Und es gibt drei wichtige Dinge und auf die darfst du jetzt auch schauen. Und zum einen ist es mal so, die Gedanken, die Bilder aus der Vergangenheit, die haben einen großen, großen Einfluss darauf, wie es dir heute geht. Und wenn du gerade Liebeskummer hast und du schaust mal zurück, was sind denn die Bilder, die du siehst? Siehst du die Bilder, in denen ihr euch verstanden habt und in denen es euch wundervoll ging, in denen ihr die Zeit genossen habt? Oder siehst du die Momente, wo ihr gestritten habt, wo du dir selber sagst, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, das ist mir alles so anstrengend. Was sind denn die Bilder? Und Hand aufs Herz, du guckst doch auf die schönen Momente. Du schaust auf die schönen Momente und machst dir klar, dass diese Momente, die, die du da gerade siehst, nicht mehr funktionieren, dass sie nicht mehr möglich sind. Moment, du redest dir ein, das geht nicht mehr, ich werde nie wieder so glücklich sein. Du redest dir selber ein, dass dein Leben mit diesen Bildern einzig und allein der Vergangenheit angehört. Ja. Stop it. Stop it. Hör auf damit. Hör auf, dir Bilder anzuschauen, dir selber einzureden, dass es nicht mehr geht. Wer sagt denn, dass das nicht mehr geht? Wer sagt denn, dass diese Müllfähigkeit, diese Vergangenheit nicht nochmal Zukunft sein kann? Wer erzählt dir das, deine Freunde? Deine Eltern? Bekannte Arbeitskollegen? Du dir selber? Hör auf damit. Ja? Mach's schnell, mach's kurz. Hör auf mit diesen Bildern. Hör auf damit, dir das einzureden. Frag dich doch viel lieber, was muss ich tun? Was müsste passieren, damit ich das wieder erleben kann? Erlaube dir, dass du auch solche Bilder in Zukunft haben darfst. Nee, 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 nee. Warte mal, warte mal, warte mal. Also, wie stop it? Ich kann doch jetzt nicht einfach, ich kann doch nicht einfach aufhören. Stop it. Was soll denn stop it? Also, wenn es doch so einfach wäre, das wird doch jeder machen. Weißt du, wir haben in der Sekunde, das ist total faszinierend. Und jetzt, setz dich mal hin, lass das mal auf dich wirken. Pro Sekunde nimmst du Daten mit 800 Millionen Bits pro Sekunde auf. Pro Sekunde nimmst du Informationen auf. Visuell gehört 800 Millionen Mbits pro Sekunde. Das ist eine riesen Datenflut. Die kommt auf dich zu. Das Verrückte ist, dass dein Gehirn nur 2500 davon tatsächlich real verarbeiten kann. Das heißt, wenn du dir einen Bildschirm nimmst, ja, nimm deinen Fernseher zu Hause. Das ist jetzt vollkommen egal, ob der 42 oder 52 Zoll hat. Und du nimmst deinen Daumen und hältst ihn irgendwo dahin. Das ist der Bereich, auf den du gerade guckst. Das ist das, was du gerade machst. Du guckst nach hinten und siehst nur diesen einen kleinen Bereich deines Lebens, der nicht mehr funktionieren soll. Weil deine Aufmerksamkeit genau auf diesen Moment geht. Was glaubst du, was nicht mehr geht? Und damit verschließt du dich vor all den anderen Millionen von Möglichkeiten. Du hast die Wahl. Also höre auf, dir solche Bilder zu machen, sondern fange an, dir andere Bilder zu machen. Also wenn du es so erklärst, macht es schon deutlich mehr Sinn. Und gleichzeitig, wenn ich doch den ganzen Tag zu Hause bin oder auf der Arbeit oder wo auch immer. Und da immer wieder dran denke, ich habe doch so viele Sachen, die mich daran erinnern. Und dann, das geht doch nicht so einfach. Und ob das einfach geht. Und wenn du es ausprobieren möchtest, weißt du was? Wir haben einen Online-Kurs. Wir haben einen Online-Kurs Soforthilfe bei Liebeskummer. Da zeigen wir dir ganz genau diese Tools. Wie kommst du genau von da woanders hin? Wie kriegst du diese Bilder aus deinem Kopf? Wie kannst du diese Bilder entmachten? Und wie kannst du mit dieser kleinen, spannenden, aber wirklich sehr, sehr wirkungsvollen Übung am Ende sogar dein gesamtes Bewusstsein verändern? Soforthilfe bei Liebeskummer ist das Zaubermittel, wo es dir genau gezeigt wird, wie das funktioniert. Okay, und wo finde ich diesen Online-Kurs? Hier bei uns in den Shownotes. Einfach auf den Link klicken und du kommst direkt zum Produkt und kannst es in aller Ruhe anschauen. Und übrigens, was total spannend ist, du bekommst sogar mit dem Online-Kurs auch nochmal ein Expertengespräch, das dich dabei unterstützt, deine Strategie in die Umsetzung zu bringen. Also, du kannst hier nur gewinnen. Du kriegst um einen emotionale Freiheit und gleichzeitig, das ist das Faszinierende, sogar noch ein Support an deiner Seite, der dir eine Strategie mitgibt, wie du weiter zum Erfolg kommst. Also, klicke jetzt in die Shownotes, ja, auf den Link und hol dir deinen Online-Kurs Soforthilfe bei Liebeskummer. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de